Musik 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 Bonjour à tous, bienvenue sur Kewik! Herzlich willkommen, los geht's mit einer neuen Ausgabe von Kewik! Et c'est un duo que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau. Heute, zu Gast bei uns, ist das Duett Voice-to-Voice. Sie komponieren selbst, carven, aber auch Lieder, die uns allen bekannt sind. Ils composent, mais reprennent aussi des Titres, connus de tous. Qui sont-ils? Voice-to-Voice, das sind Sonja Betsch und Michael Wixler. Bonjour tous les deux, hallo ihr zwei! Bonjour, hallo! Sonja, seit wann gibt es Voice-to-Voice? Uns gibt es seit elf Jahren. Depuis onze ans. Sonja, wie hat er euch kennengelernt, comment vous vous êtes rencontré? Ah, das war durch einen Freund von Michael, der Gerd Schäfer. Der hat mich damals mit meiner Soul-Band Percy Hallis singen gehört und hat mich eingeladen, bei ihm als Gassingerin zu singen und da hat Michael damals Bass gespielt und so haben wir uns kennengelernt und angefangen Musik zu machen und nicht mehr aufgehört. Ok, et on va commencer avec une Reprise. Welchen Song spielt ihr zuerst? Zuerst spielen wir Simply the Best von Tina Turner. Genau, wir hören Voice-to-Voice mit ihrer Version von Simply the Best. Und dann kommen wir zu mir wild und wild. Oh, wir kommen zu mir Oh, wir kommen zu mir Give-me everything I need Is in a lifetime of promises and a world of dreams There's still a language of love Like you know what it means Like you know what it means Oh, it helped me wrong Take my heart and make it stronger You're simply the best You're better than all the rest I say you're better than anyone Anyone I ever met Anyone I ever met And I stuck on your hook And I hang on every word you say Please, please don't tear us apart Baby, I would rather be there In your heart, see the snow Every night and every day Every night and every day Oh, yeah In your eyes I get lost I get washed away Uh-huh Yes, as long as I'm here In your arms I don't be in no There's still a place You're simply the best You're better than all the rest You're better than all the rest I say you're better than anyone You're better than anyone Anyone I ever met And I stuck on your hook And I hang on every word you say Please, please Please, please don't tear us apart Baby, I would rather be there Each time you leave me Each time you leave me I'll start losing control You're walking away With my heart and my soul I could feel even right on alone I could feel even right on alone Oh, baby Oh, baby No, no, no Oh, baby Oh, baby Mmm 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 Baby Baby Oh You're simply the best You're better than all the rest I say you're better than anyone Oh, 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 oh Baby, baby, oh, you're simply the best I say you're better than all the rest I say you're better than any one Anyone I can't help them be And I'm stuck on your heart And I'm hanging on every word you say Please, please don't you care so far Baby, I'd rather be there I know you're simply the best Oh, yes, you are Das waren Voice to Voice mit Simpli the Best Cool, das hört sich super an Dankeschön Also Michael, was umfasst alles euer Repertoire? Parle nur ein peu de votre Repertoire Also wir spielen alles, was uns persönlich auch gut gefällt Das heißt, wo wir gesanglich, wie der Name auch schon sagt Voice to Voice Von Stimme zu Stimme Also was der Sonja gut liegt, was mir gut liegt Zusammen gut passt Und jedem von uns Spaß macht auch, ganz wichtig Also wir spielen hauptsächlich nur Lieder, die uns persönlich gut gefallen Das klingt sehr vielseitig, das ist sehr variier Hast du andere Projekte Musiker? Bist du auch bei anderen musikalischen Projekten aktiv? Ja, ich habe noch eine eigene Band mit sieben Mann Da machen wir so Soul, Rock, Pop Macht auch viel Laune Macht auch viel Spaß Was machst du denn beruflich? Was machst du in der Welt? Beruflich entwickle ich und baue und verkaufe auch diese wunderschönen Pianos von Blüthner Sehr interessant Michael, wir möchten noch was hören Also was spielt ihr als nächstes? Quel wird dein prochain Morseau? Wir machen ein schönes Lied von Joe Cocker und Jennifer Warnes In dem Fall die Sonja, nicht die Jennifer Warnes Up Where We Belong Merci Michael Allez, passons au Morseau suivant Und weiter geht's Voice to Voice mit Up Where We Belong Who knows what tomorrow brings In a world A few hearts survive All I know All I know Is the way I feel When it's real Keep us alive The roads There is long We're a mountain And a way But we cry Step every day Love Love if there's not where we belong Where the eagles cry On a mountain high Love if there's not where we belong Far from the world below Clear that wind blow Clear that wind blow Sunny on And it used to be Left the light Looking behind All we have All we have Is here and now Honor and light Is out and a fire The roads Down to slow Of every mountain And a way That we climb That we climb Step every day Love if there's not where we belong Where the eagles cry On a mountain high Love if there's not where we belong Far from the world below Far from the world below Clear that wind blow Time goes by No time to cry You and I Alive Love if there's not where we belong Love if there's not where we belong When the eagles cry On a mountain high Love if there's not where we belong Love if there's not where we belong Far from the world below When the eagles cry When the eagles cry On a mountain high Love if there's not where we belong Love if there's not where we belong Love if there's not where we belong Far from the world below Far from the world below Planet wind blow Love if there's not where we belong That was Voice to Voice with Up Where We Belong Michael, come to me on the sofa Come to me Come to me Michael, you already have the one or the other trip in the house What were the highlights With the experience of the scene that you have What are the moments that you hold? Yes, of course, our trip in China, in Peking A German message 40 years The celebration of the Republic of Germany The relationship between the Republic of China The Republic of China The Republic of China We had a wonderful fest We had a wonderful party We had a great party A great party That was of course And you also played with famous music Did you play with famous musicians? Yes, we did I played with Tommy Smiley That was one of the singers of the Blathers You know from Only You And The Great Pretender And all these songs of the Blathers Then also from Toto Bobby Kimble I played with them Hold The Line in Frankfurt At the music festival And some of the others Howard Carbendale We have already had a German Schlagersinger We have also played with the band With the band Also there are a lot of people Good What projects planest you in the future? Let's talk about the future of the group Yeah, you are definitely With voice to voice At the music We have new music to work We have new parties to play We have new songs to play And of course We have new songs to play We have new songs to play Ich spiele auch oder komponiere oder arrangiere auch für andere, zum Beispiel für Leute vom Kabarett oder spiele im Studio einige Sachen ein. Also gibt es immer viel zu tun. Ihr habt auch eigene Kompositionen. Wer ist da für welchen Part verantwortlich? Wie geht es für die Komposition? Genau, also die Texte zum Beispiel haben wir eine Freundin von uns, das ist die Doris Köppner. Die schreibt also wunderschöne Texte. Das Musikalische übernimmt dann ich. Also vom Studio bis über das Arrangement oder Instrumente einspielen, das mache ich. Und die Sonja übernimmt natürlich den gesanglichen Part, dass das Ganze auch schön interpretiert wird und gut gesungen ist. Fahle noch die Prozesse, Michael. Wie heißt euer nächster Song und wie kam es zu diesem Lied? Unser nächster Song heißt Deine Flügel und wie gesagt, da ist der Text kam so dazu, dass die Doris Köppner, die ja für uns auch Texte schreibt, einen Text geschrieben hat, weil ihr Sohn größer wird und älter wird und irgendwann das Haus verlässt und sie war da traurig darüber und wünscht ihm in diesem Text auch alles Gute und muss halt als Mutter loslassen. Also diese typische Mutter-Kind-Geschichte und sie hat mich dann gebeten, das Musikalische ein bisschen zu aufzuarbeiten, arrangieren und dann wurde der Song eigentlich so schön, dass wir gesagt haben, wir nehmen den im Studio auf und machen praktisch eine CD davon. Très bien, merci beaucoup. Michael, du kannst wieder an deinen Platz. Merci. Du kannst retourner donc auprès de Sonja. Lieber Zuschauer, wir hören Deine Flügel von Voice to Voice. Komm, nimm meine Hand, auch wenn du schon groß bist, nimm mich in den Arm, was ist schon dabei? Kennst du noch das Bild, wo du auf meinem Schoß sitzt? Wo sind nur die Arten, sie rasen vorbei, hab so ein Gefühl, ich kann dich verlieren. Der Raum zwischen uns hat dann Tiefe erreicht, weiß nicht genau, wohin die Reise führen wird, bin wie ein Vogel, der vom Nest nicht mehr weicht. Deine Flügel, jetzt endlich benutzen, höher fliegen, im Sturm in der Zeit. Hab keine Angst, keine Angst, dein Gleit zu verschmutzen, keine Eilen, der Weg ist noch weit. Komm, nimm meine Hand, mir wird immer kälter, hab so ein Gefühl, noch selten erlebt. Find keine Worte, mein Geist wird schon älter, würd dich noch beschützen, wenn die Erde schon lebt. Mit all meinen Waffen, würd ich für dich kämpfen, gib mir nur ein Zeichen, wenn du mich brauchst. Es gibt auf dem Weg viele Arten von Menschen, such dir welche aus, denen du jetzt vertraust. Deine Flügel, jetzt endlich benutzen, höher fliegen, im Sturm in der Zeit. Hab keine Angst, keine Angst, dein Gleit zu verschmutzen, keine Eilen, der Weg ist noch weit. Oh 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 Wollen wir dir stellen, mach deine Reise, denn der Weg ist das Ziel. Es ist wie das Meer, es regt dich sanft auf seinen Wellen. Erfahre dein Leben, es erwartet dich wie... Deine Flüge, jetzt endlich benutzen, höher fliege. Ich fliege hoch hinauf, im Sturmen der Zeit, hab keine Angst, dein Gleis wird geschmutzen, keine Eile. Keine Eile, hab keine Eile, hab keine Eile, hab keine Eile, hab keine Eile, der Weg ist noch weit. Deine Flüge, das waren Voice to Voice. Zum Abschluss bin ich nochmal bei Sonja. Je vais eine dernière fois auprès de Sonja. Tu aussi, tu fais partie d'autres formations musicales. Sonja, tu hast, wie Michael, deine eigenen musikalischen Projekte. Was machst du noch? Ja, im Moment bin ich auch daran, eigene Lieder zu schreiben und werde zusammen mit einem guten Freund, Markus Grimminger, ins Studio gehen und vielleicht ein Album aufnehmen, wenn wir es sehen. Et quels sont les moments que toi tu as particulièrement retenu de tes expériences passé? Was waren deine Highlights bei deinen bisherigen Auftritten? Gute Frage. Ich meine, Michael hat ja schon erzählt, da gibt es Auftritte in Peking und im Vorprogramm zum Beispiel von Joy Fleming. Das sind alles großartige Auftritte. Aber für mich persönlich sind auch Highlights in so kleinen Clubs, wenn man die Möglichkeit hat, dem Publikum sehr nahe zu kommen. Wie ein Jazzclub? Ein Jazzclub oder einfach auch mal eine Kneipe, eine Musikerkneipe zum Beispiel. Ja, da kann man unheimlich viel Nähe zum Publikum schaffen und kann Kontakt aufbauen. Und das ist immer auch ein Highlight für mich. Super. Chers Téléspectateurs, nous arrivons bientôt au terme de cette émission avec encore un dernier morceau. Was hören wir zum Abschluss? Ja, zum Abschluss hören wir Jean-Éric Granderien. Oh, wie süß hast du das gesagt. Ja, ich gebe mir Mühe. Liebe Zuschauer, bevor wir unseren heutigen Gast noch einmal hören, möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Le moment est venu de se dire au revoir. Et de remercier tous ceux, sans qui cette émission ne serait possible. Insbesondere Mosaik, TV8, TV Kristall, dem MKN und dem OKTV Südwestfals. Nun hören wir Voice-to-Voice mit Je ne regrette rien. Je compte sur vous à nouveau la semaine prochaine. Seien Sie auch wieder dabei beim nächsten Mal. Da bye. Ja, alles, salut tout le monde. Ja, alles, salut tout le monde. Ich freue mich, bis alle sechs. Ja, allzufeuermet. Nichts rien. Nein, ich glaube nicht. Ich dr Interestingly. Seien Sie payet, baliay, denyen, boom. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020